Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Die Haftanstalten sind hoffnungslos überfüllt, teilte uns der Deutschlandfunk noch am 3.1.2019 mit. Aktuell teilt uns ARD und ZDF mit, dass die Kriminalität in Deutschland gesunken sei 2018 und die Aufklärungsquote natürlich ganz hoch sei. Bitte, liebes ARD-ZDF-Team, löst für euer Publikum doch einmal diesen Widerspruch auf. Da wäre ich euch sehr verbunden, Ihnen sehr verbunden. Natürlich gäbe es sehr viel mehr zum Thema zu sagen. Nur diese beiden Meldungen möchte ich doch, dass Sie die irgendwie zusammenbringen und mir das genau erklären, wie das sein kann. Ist ja eigentlich Ihre Aufgabe, kritisch zu berichten und nicht einfach Pressemitteilungen und Stellungnahme von Pressekonferenzen zu übernehmen. Gerne könnt ihr euch bis Ende der Woche Zeit lassen. Soweit erstmal von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit. Im vergangenen Jahr konnte ich Ihnen mitteilen, dass wir 2017 die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1992 hatten. Nun sind im Jahre 2018, also im letzten Jahr, diese Zahlen noch einmal gesunken. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020